An einem Berge bei dem Dorf Henneckendorf und Waldluckenwalde weideten einmal ein paar Hirten ihre Schafe. Da zeigte sich ihnen oben auf demselben eine Frau und winkte den einen zu sich heran. Wenn er sie nicht erlöse, so würde erst wieder nach hundert Jahren einer geboren, der es tun könne. Allein der Schäfer konnte seine Furchtsamkeit nicht überwinden. Darauf versank die weiße Frau in den Berg. Und der Schäfer hörte noch lange, nachdem sich schon der Berg über ihr geschlossen hatte, ihr Herz zerreißendes Winseln und Klagen. Szene 1, die erste Take 2 Szene 1, die erste Take 4 Szene 1, die erste Take 4 Szene 1, die erste Take 4 Szene 1, die erste Take 16 Was los? Ich verfluche dich, Arthur. Alle deine männlichen Nachkommen werden sterben. Szene 1, die erste Take 4 Leute, hört mir mal zu! So wird das aussehen. Deswegen, textmäßig ist egal. Szene 1. und learning Chair 1 So wie das aussehen. Die Szenen, die wir drehen, werden da hingehängt. Ich glaube immer noch, dass es Antoni war. Schauen Sie sich den noch mal an. Riccardo, ich hasse dich! Der Ton ist weg, Toro. Stopp, Abbruch. Ja wirklich. Nein, der Ton war nicht weg. Weitermachen. Kamera ab. Äh, Klappe. Szene 26, die erste Take 4. Alles klar, danke. Stopp, irgendetwas stimmt hier nicht. Super und danke.